Na, die roten Münzen können wir jetzt vergessen, ist klar. Das ist doch zum Kotzen. Warte, Bruder, willst du mir jetzt sagen, ich komme hier nur mit dem Eichelpilz hin? Aber den gab es doch in dem Level gar nicht. Das ist doch Betrug. Ich meine, die müssen einem doch das nötige Item hier in dem Level geben, sonst ist es... Die roten Münzen. Die roten Münzen. Die roten Münzen! Die roten Münzen! Alles klar. Das ist ja. 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 Das ist ja.